Hallo ihr Hasen, auf geht's! Also an irgendwas erinnert mich die Frisur, irgendwo habe ich sie schon mal gesehen. Was ich ja komisch finde hier bei der NPD, ne eine Frage habe ich, die Frauenquote sind gar keine Frauen, oder? Nicht, dass das doch ein Schwuler-Verein hätte? Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.